Wir starten mit dem zweiten Modul, Modul B. Der Modul B heißt die Steuerung seines Lebens und die Steuerung seines Schicksals. Und wir beginnen dieses Modul damit, damit wir verstehen, wie wir Ereignisse materialisieren. Beim Modul A haben wir dieses Prinzip betrachtet, dass aus unserem Zentrum, aus unserer Jivatma die Energie des Lebens fließt, die Jiva-Energie herausströmt. Und je nach dem, was wir in den Gedanken haben, wird das eine oder andere materialisiert. Wir werden jetzt diesen Prozess detaillierter betrachten. Um diesen Prozess zu verstehen, schlage ich folgende Metapher vor. Stellt euch vor, man hat euch eine Firma vererbt. Und in dieser Firma gibt es einen Direktor. Er hat praktisch den Rat aus seinem Gremium, aus seinen Beratern, die ihm helfen. Und jeder Leiter praktisch so einer größeren Abteilung hat wiederum sein Team oder Leute, die untergeben sind, die für ihn arbeiten. Also jeder Steuern oder jeder Leiter hat wieder seinen eigenen Bereich, der auch aus einigen Unterbereichen besteht. Es kommt dann ja so, dass es eine Firma ist, nichtsdestotrotz aus sehr vielen Menschen besteht. Und jeder seine Verantwortungsstufe hat. Letztendlich irgendwelche Reinigungskräfte, einfache Arbeiter, die auch Hilfsarbeiten verrichten. Wenn wir über die Seele sprechen, sind wir es gewohnt, über etwas Ganzheitliches zu sprechen. Auch so ähnlich, wenn wir unser Körper sagen, dann betrachten wir den Körper auch als Ganzes. Unser Körper besteht aber bekanntlich aus Organen. Die Organe bestehen auch aus gewissen Bereichen. Und diese Teile, Bereiche bestehen aus Zellen. Und so ähnlich sieht auch unsere Seele aus. Deshalb können wir über unsere Seele so sprechen, dass sie einheitlich ist, aber gleichzeitig vielzählig. Deshalb werden wir ab heute auch das Verständnis betrachten und kennenlernen, die Teilchen der Seele. Diese Teile oder Teilchen der Seele kann man in wissenschaftlicher Sprache als Sub- oder Unteridentitäten bezeichnen. Oder erholt uns. Aber die Rede ist davon, dass wir in unserem Unterbewusstsein gewisse Anteile der Seele haben, die wir selbst nicht erkennen, über die wir uns nicht gewusst sind, die aber nichtsdestotrotz existieren. Zum Beispiel. Ihr habt irgendwann mal das Tanzen gelernt. Vielleicht habt ihr Walze gelernt. Oder einen anderen Tanz. Wenn man da ziemlich am Anfang noch ist, muss man sehr genau alle Bewegungen betrachten, aufmerksam sein, verstehen und wissen, wo man die Füße hinsetzt, welche Schritte man macht beim Tanzen. Ihr habt sehr gut darüber nachgedacht, wo man den Fuß hinstellen muss, wie man den Fuß bewegen muss, um die Tanzbewegung richtig auszuführen. Und als ihr schon das Tanzen gut konntet, tanzt ihr, könnt ihr in dieser Zeit bereits an etwas ganz anderes denken. die Leute betrachten, über irgendetwas nachdenken. Ich frage euch, wer zu dieser Zeit eure Beine steuert. Und wer lässt die Beine immer wieder dieselben richtigen Bewegungen ausführen. Wenn ihr in dieser Zeit dann vollkommen an etwas anderes denkt. Die Rede ist hiervon, dass wir so einen Teil der Seele gebildet haben, der unsere Füße steuert beim Tanzen und wir denken in der Zeit gleich an etwas anderes. Oder ihr habt mal das Autofahren gelehrt. Zuerst war das schwierig. Ihr habt gut auf die Gänge umschalten, auf die Fußgänge achten. Die Autos um sich herum gut betrachten und aufmerksam sein, damit man keinem reinfährt. Und ihr habt sehr viel darüber nachdenken müssen, wie ihr richtig handelt beim Autofahren. Und das hat auch eine gewisse Spannung hervorgerufen. Wenn ihr dann viele Jahre und eine sehr lange Zeit am Steuer gesessen seid, wenn ihr viel Erfahrung habt, kann es mal kommen, dass ihr euch an Steuer setzt, über etwas nachdenkt und seid zu Hause angekommen. Und ihr habt nicht mal bemerkt, wie ihr dann abgebogen seid, was ihr dann gemacht habt beim Autofahren. Das lief praktisch unmerklich an euch vorbei. Also wer hat das Auto gesteuert in der Zeit, wo ihr an etwas komplett anderes gedacht habt? Das haben alles unsere Teilchen der Seele, Teilchen des Unterbewusstseins erledigt. Wenn ihr darüber nachdenkt, ist es ein ständiger Prozess, dass wir gewisse Seelenteilchen bilden und wir verleiten diesen Teilchen auch gewisse Funktionen. Zum Beispiel, Ihr habt einmal das Mobiltelefon verloren. Und ich denke, wenn ihr für einige paar Mal schon das Mobiltelefon verloren habt, dann kann es so sein, dass ihr euch in einem Zimmer befindet, irgendwie dem Alltag nahe geht und überhaupt nicht, an das Mobiltelefon denkt. Vielleicht seid ihr irgendwo zu Besuch und so weiter und auch nicht zu Hause. Aber wenn ihr den Platz verlässt oder den Ort verlässt, werdet ihr automatisch nach dem Telefon greifen und suchen, wo das ist. 99% der Leute machen das. Das ist die Frage, wer hat euch dazu gezwungen, euch ans Telefon zu erinnern? Das war auch ein Teilchen der Seele, welches geschaffen wurde zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Telefon irgendwo liegen gelassen habt oder vergessen habt. So müsst ihr meine Lieben verstehen, dass euer Leben von dem einen oder anderen Seelenteilchen gesteuert wird. Die Energien ausstrahlen und um euch herum gewisse Realitäten bilden, die euch umgeben. Also, wenn ihr euch überraschend gesagt habt, hier haben wir über die Lampen gesprochen, dass es eine Lampen gibt und sie durchs Licht ist und wir haben ein Licht gelassen. Wir haben ja beim ersten Modul einfach darüber gesprochen, wir haben eine Lampen, wo diese Lampen strahlt Licht aus und formt die Realität. Und wir sprechen hier jetzt dabei, dass es hunderte von diesen Lämpchen gibt und diese Lämpchen bilden hundert und hundert Lichtstrahlen. Und so ähnlich wie in einer Firma habt ihr Anteile der Seele, wo alles geregelt ist, wo alles sehr gut abläuft. Also, und Wladimir spricht ja auch von Lebenssphären. Die einen sind geregelt, andere Lebenssphären wiederum. Und eine Lebenssphäre, da funktioniert irgendwie gar nichts, weil da diese Lämpchen, beziehungsweise die Mitarbeiter etwas Eigenes machen oder euch als Chef sogar sabotieren. Es gibt mal eine Situation, wo ihr in der Früh aufsteht und einfach zu gar nichts Lust habt. So ein Gefühl, als werdet ihr in hundert Teile aufgeteilt. Und jedes Teilchen möchte etwas Eigenes. Der eine Teil möchte schlafen. Der andere Teil möchte Kaffee. Der dritte Teil möchte, dass euch alle in Ruhe lassen. Das ist so ein Gefühl von Zerschlagenheit, Zerteiltheit. Man fühlt sich nicht ganzheitlich. Ihr habt bereits verstanden, dass ich eure Seele mit einer Firma vergleiche. Das ist so, als würden die Arbeiter in dieser Firma einen Streik veranstalten. Und jeder Arbeiter ist weggegangen, um seine eigenen Sachen zu erledigen. Deshalb arbeitet die Firma nicht und ist nicht in Funktion. Es gibt aber, wo gewisse Bereiche arbeiten und funktionieren, andere Bereiche wiederum funktionieren nicht. Auf diese Art und Weise, wenn wir unser Leben steuern möchten, unser Schicksal steuern möchten, müssen wir verstehen, dass jeder von uns sein ganzes Universum darstellt. Und in unserem Inneren existieren hunderte und tausende Teilchen unserer Persönlichkeit. Die, die diesen gesamten einheitlichen Energiestrom verwenden und jeder etwas Eigenes projiziert. Und deshalb, wenn ihr darüber nachdenkt, habt ihr gewisse Sachen, die euch leicht fallen, andere Sachen fallen euch wiederum sehr, sehr schwer. Und ausgehend davon ist der Sinn und die Aufgabe dieses Moduls zu lernen, ausgehend davon, dass es einzelne Teilchen sind, sie zusammen zu harmonisieren, diese Bereiche so zu ordnen, dass sie richtig mit der Energie arbeiten. Und dank dessen die ganze Kraft dieser Arbeit bekommen, die sie uns geben könnten. Ich brauche einen Teilnehmer, einen Freiwilligen, mit dem Wladimir die Praktik machen wird und die anderen können sich das ganz anschauen. Einer, bei dem vielleicht irgendwie eine Schwierigkeit immer wieder auftaucht, irgendwie so eine Abhängigkeit oder ein Problem, welches immer wieder da ist. Oder regelmäßig irgendwie eine Angst auftaucht oder Unsicherheit. Ich denke, ihr habt bereits verstanden, dass hier das gleiche Prinzip arbeitet wie bei einer Pendel. Wir stellen ein Signal, also wir bestimmen ein Signal oder sprechen uns ab, also mit unserem Unterbewusstsein und sind dann im direkten Kontakt mit einem Teilchen unserer Seele. Das wäre das gleiche, wie der Direktor des Betriebs, einen Arbeiter zu sich geholt hat und sich mit diesem Arbeiter abspricht, wie er sich zu verhalten hat. Auf jeden Fall wird, wenn man jetzt in die Firma betrachtet, sich diese Arbeiter ganz anders sich benehmen, sich ganz anders verhalten nach dem Gespräch. In der idealen Variante hören wir einfach auf, durch Verspannungen oder Stress zu reagieren in diesen Situationen und unser Verhalten verändert sich. Durch die Steuerung dieser Seelenteilchen beginnen wir, uns selbst zu steuern und unsere Realität zu steuern. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir gerade erwachsene Menschen sind. Wenn wir aber versuchen, etwas zu tun, kann das eine oder andere Teilchen die Steuerung übernehmen. Und stattdessen, dass wir das gewünschte Resultat bekommen, bekommen wir Schwierigkeiten und Probleme. Um die Arbeiter zu verstehen, gebe ich noch folgende Metapher als Beispiel. Stellt euch einen Bus vor, in dem ein Fahrer sitzt. Das ist euer Bewusstsein. Und der Bus ist euer Körper. Aber im Bus sitzen viele Passagiere. Stellt euch vor, dass einer der Passagiere ein Terrorist ist. Er steht auf und schlägt mit dem Pistolenknauf auf den Kopf und der Fahrer verliert das Bewusstsein. Setzt sich auf seinen Platz. Und beschlagnahmt den Bus und der Bus ist letztendlich an einem ganz anderen Ort, als er sein sollte. Dann versteckt er sich unter den Passagieren. Der Bus ist an einem vollkommen anderen Ort. Und dann wacht der Fahrer auf. Und er versteht absolut nicht, wie ihr an diesen Ort kommt und was eigentlich passiert ist. Also noch ein Sinnbild, damit das noch mal illustriert wird. Представьте себе einen jungen Menschen vor, der studiert in der Uni und möchte Doktor werden. Ein sehr bescheidener, angenehmer junger Mensch. Wospitant, intelligenter. Er ist erzogen und intelligent. Und stellt euch vor, der ist zu einer Hochzeit gekommen, weil er da eingeladen wurde. Er ist schön angezogen, hat eine Fliege, sehr intelligent. Er ist sehr, sehr bescheiden und lässt es kaum zu, irgendwie die Frauen anzuschauen, wie die aussehen oder die... Und stellt euch vor, der hat einen Freund, der hat ihm heimlich auch Alkohol mit eingeschenkt und dann ist er plötzlich sehr betrunken. Und wenn er absolut betrunken ist, beginnt er Frauen anzubaggern, fasst sie an den Brüsten an und möchte direkt Sex dort auf dem Boden haben mit denen. Und die Leute schauen sich das an, die Videokamera nimmt es auf. Aber der ist absolut außer sich, der ist betrunken und der ist vollkommen inadäquat. Und betrunken ist er eingeschlafen. Er wacht am Morgen auf und man zeigt ihm das Video, man zeigt ihm, wie er sich verhalten hat. Er sagt, das kann nicht sein, dass es ich war, ich bin ein intelligenter Mensch. Das ist Videomontage. Ihr kennt mich doch alle. Ich bin hier ganz friedvoll und tue keinem was. Das ist der absolute Horror, was er mir zeigt. Was können wir jetzt aus dieser Vorstellung herausnehmen? Die Teil der Seele, die ihn zurückgehalten hat, vielleicht hatte er zu wenig Sex oder Sonstiges. Und da, wo er betrunken war, das Bewusstsein war ausgeschaltet. Und dieses andere Seelenteilchen begann mit dem Bus, also mit dem Körper zu steuern. Und der Mensch beginnt sich innerlich was aufzuführen. Und als er wieder zu sich gekommen ist, glaubte er nicht einmal, dass er das veranstaltet hat. Das ist sehr hypobolisch, sehr übertrieben, diese Vorstellung. Aber представьте, wir müssen eine einfache Situation vorstellen. Vielleicht hat er eine Beziehung und wurde in dieser Beziehung gekränkt. Mann oder Frau, es ist egal. Dementsprechend hat ein gewisses Seelenteilchen die Information bekommen, dass Männer, im anderen Fall Frauen, das reine Böse sind. Und wenn die Möglichkeit entsteht, dass sie einen Mann oder eine Frau kennenlernen können, sieht ihr diesen Menschen buchstäblich nicht. Oder ihr fühlt euch irgendwie bedrückt und guckt in eine ganz andere Richtung. Und wenn ihr vielleicht sogar sehr viele Leiden oder sehr viele Verletzungen habt von Männern. und diese часть der Säule beginnt zu materialisieren, damit in deiner Lebensjahre keine Menschen mit denen ihr die Beziehung mit denen ihr die Beziehung mit denen ihr die Beziehung beginnt. Beziehungsweise diese Seelenteilchen das zu materialisieren, was ihr erlebt habt, sodass ihr nicht einmal eine Chance bekommt, im Leben einen normalen Partner kennenzulernen. Es gibt ja so, wie man das ist. wie man das ist. Es gibt so, Es gibt so, Es gibt so, wie man das ist. Aber wenn man das ist, dann wird so, wie man das ist. Es gibt ja sowas wie eine Hundepfeife. Wir hören ja das nicht, aber die Hunde beginnen wegzurennen, wenn man das pfeift. Stellt euch vor, ihr geht durch die Straßen, pfeift und es sind gar keine Hunde da. Aber ihr hört kein Geräusch dabei. Und vielleicht wollt ihr auch irgendwie einen Hund sehen sogar. So ist es mit Männern und Frauen. Ein Teilchen der Seele bringt Energie da rein, dass ihr niemals richtigen Mann oder Frau antreffen werdet. Die, die potenziell mogli by быть als ihr eine Firma aufbauen oder gründen wolltet und es bei euch nicht geklappt hat. Dann strengt sich dieses Seelenteilchen sogar an, dass es bei euch auch nichts klappt und in Zukunft nichts klappen wird. Dank diesen Seelenteilchen bemerken wir nicht einmal alle Möglichkeiten und sehen sie nicht einmal. Oder wir schrecken diese Möglichkeiten von uns davon. und lasst uns daran denken, dass wir von unserer Kindheit an alle möglichen Stresssituationen durchleben mussten. und deswegen wir können absolut nicht осознавать, welche части Dushy und was sie machen. Vielleicht oder wir können aus dem Grund nicht einmal erkennen, welche Seelenteilchen was mit uns veranstalten. Wir haben heute zum Beispiel mit einem Seelenteilchen gearbeitet, welches sich als Angst und als Anspannung manifestiert hat bei Prüfungen oder Vorprüfungen. Wenn wir nicht begonnen hätten, das zu analysieren, uns damit auseinanderzusetzen, würden wir nicht einmal verstehen, dass es sowas gibt und dass etwas auf uns wirbt. Aber wir haben uns jetzt daran erinnert und wir haben jetzt daraus geschlossen, dass in einem Alter von sieben Jahren etwas passiert ist, was dich erschreckt hat. Und weil aber ein Seelenteilchen auf den ganzen Körper, auf die ganze Seele wirken kann, heißt es, dass ein siebenjähriges Mädchen auf eine erwachsene Frau so gewirkt hat. ausgehend davon, wenn wir uns mit diesen Seelenteilchen nicht auseinandersetzen, können wir nicht behaupten, dass die Verständnis von dieser Welt oder dass unsere Erscheinung in dieser Welt vollständig ist. Weil diese Seelenteilchen so was wie eine schwarze Brille aufsetzen. Wir haben die Brille an und denken, die Welt sei schwarz. Das heißt, dass wir keine guten Ereignisse und Situationen sehen. Ausgehend davon müssen wir verstehen, dass das Hauptziel dieses Moduls ist, dem Menschen seine Ganzheitlichkeit zurückzubringen. in der direkten Verständnis, dass der Mensch beginnen soll und kann und soll sein eigenes Leben vollständig zu streuen. Lasst uns einmal verstehen, wie sich diese Seelenteilchen in unserem Leben verwirklichen. Sie erscheinen oder durch Reaktionen oder in Reaktionen auf unsere Umwelt in unserem Zustand, der dabei entsteht, oder in unseren Verhaltensmustern, in unseren Handlungen und in unseren Überzeugungen und Formen Verständnis самого себя, wie wir uns selbst wahrnehmen. Was stellen wir für uns selbst dar? Warum erschreckt dich in einer oder anderen Situation, in einer anderen Situation, aber wiederum nicht, das kommt ihr nicht von selbst. Das ist, weil das eine oder andere Seelenteilchen aktiviert wird. Warum verfällt ihr in so einen Zustand von Unsicherheit oder euch in einer anderen Situation als ein Held fühlt? Dahinter steht ein Seelenteilchen, welches dieses Gehalten auslöst. Und auch in dem Fall, wo ihr denkt, ihr könnt etwas nicht erreichen oder etwas nicht bekommen, warum habt ihr diese Überzeugung? Energie ist, weil hinter dem ganzen Seelenteilchen steht, welches die Energie dorthin lenkt. Ausgehend davon müssen wir eine Ordnung schaffen in diesen Seelenteilchen, weil wir einen stärkeren Energiestrom stecken, wenn jedes einzelne Seelenteilchen nur das macht, was es will, können wir nicht das maximale Resultat erreichen. Das wäre wie in der Firma der Direktor immer viel Geld mitbringen würde und das unter den Arbeitern verteilen würde die ganze Zeit, aber die Arbeiter machen eigentlich nichts, jeder macht was er will und es kommt kein Resultat. Wenn es sehr verständlich dass es ist, wenn etwas nicht funktioniert und wenn es noch konkreter ausdrücken möchte, hinter jedem Problem, hinter jedem Fall, wo etwas nicht funktioniert hat, steht das eine oder andere Seelenteilchen, was euch gehört. Wenn ihr einen anderen Zustand dabei hättest, einen selbstbewussteren Zustand oder einen leichteren Zustand, wenn ihr andere Überzeugungen hättet, leichtere Statt bedrückt verspannt euch zu fühlen, ihr euch sehr kräftig und stark vorkommen würdet. Schon ihr in diesem Moment würdet ihr viel mehr erreichen. Wenn wir über die Seelenteilchen sprechen, müssen verstehen, dass wir sie fühlen, sehen und gedanklich wahrnehmen können. Schizophränie 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 uns nicht nicht folgen. Wenn sie nicht beachten eurer Bewusstsein sprechen, dann das gibt es ja auch, aber Wladimir hofft, bei uns alles in Ordnung ist, dass keiner von uns sich in diesem Zustand befindet. Wenn wir über unsere Seelenteilchen sprechen, müssen wir auch verstehen, dass man sie nicht zerstören kann. Man kann sie lediglich transformieren, verändern, sie begeistern, sich anders zu verhalten. Also in direkter Verständnis sind sie wie kleine Kinder. Deshalb können sie vor uns weglaufen und sich verstecken oder wir können sie mit absprechen und sie beginnen sich anders zu verhalten. Ein wichtiger Moment, den ihr verstehen müsst, dass diese Seelenteilchen ein Bewusstsein haben und sie sind fähig zu einer bewussten Kommunikation. noch paar Worte über die Seelenteilchen. Wenn die Spermienzelle mit der Eizelle sich verbindet, entsteht eine Energiespirale, durch die Seele hinunter kommt und die Seele beginnt den Körper zu bilden. Um den Körper zu bilden, hat die Seele aus dem Blut der Mutter Muttermilch aufgenommen aufgenommen. Wir sind praktisch so was wie Seelen in einem embryonalen Zustand. Und aus diesem Juvatmas hat sich der Embryokörper gebildet. Dann, wenn das Kind auf die Welt kommt, nimmt er diese Juvatmas aus der Muttermilch auf. Und im Weiteren, wenn wir erwachsen sind, nehmen wir das einfach aus der Nahrung auf, die wir essen. Deshalb empfiehlt man in der vedischen Tradition nicht, Fleisch zu essen. Und wenn er dennoch Fleisch isst und anders nicht kann, sollte er Tiere essen, die eine niedrige Evolutionstufe haben, zum Beispiel Kaninchen, Hühner, Fische. Weil die Juvatmas, die wir aus dem Fleisch große Tiere nehmen, sie die Steuerung übernehmen, also den Busfahrer da praktisch auf Pieren. Genau, wie in diesem Beispiel aus Busses. Wir werden aggressiver dadurch bzw. härter und das Wichtigste, was dabei passiert, wir hören auf, unsere Seele zu hören. Wir werden so dumm wie Schweine und wenn wir so agressiv wie wenn wir das Fleisch eines Bären essen würden, wären wir aggressiv wie ein Bär. Eure Seele ist praktisch dann ein Universum für diese Juvatmas. Juvatmas und sie nehmen eine gewisse Rolle, eine gewisse Aufgabe auf sich. Например, кто знает, wenn Sistola oder Diastola im сердце? Ich даже nicht weiß, wie Sie wissen oder bestimmen, wann das Herz zusammengedrückt oder auseinander geht. Wer von euch weiß, wie und wann die Magensäure produziert wird vom Körper? Wenn und unter welchen Bedingungen Speichel fluss angeregt wird. Es wurde eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, wenn ein Mensch beginnt, am Strand spazieren zu gehen, beginnt, die Atmung aktiver zu werden. Und seine Javatma, seine Seelenteilchen beginnen zu glauben, dass er bald schwimmen muss und der Körper stellt sich darauf ein, dass er länger auf die Luft anhalten ist. Wenn ihr gesund und успешn habt keine andere Wahl. sind groß und erfolgreich sein möchtet, habt ihr keine andere Chance als euch mit diesen Sieden zu sein. Häuseinem zu Tela und ihr müsst der Herr eures Körpers sein, der Herr dieser einzelnen Javatma sein und bestimmen, welche Aufgabe ihr zuordnet. Wenn wir über die Seelenteilchen sprechen, müssen wir auch verstehen, dass sogar Ziele, denen ihr nachgeht im Leben, nicht eure eigenen sein können, sondern geschaffen von euren Seelenteilchen. Das Gleiche ist auch über die Probleme oder Psychotrauma dazu zu sagen. Also unsere Seelenteilchen können uns Probleme oder Psychotrauma machen. Deshalb ist es in der Wiedischen Kulturen angebracht zu meditieren. Alle Gedanken abzustreifen, an nichts zu denken und die Kontrolle über den Körper wieder erlangen. Die Kontrolle über die eigene Realität wieder erlangen. Wenn wir etwas anstreb oder nicht anstreb ist es nicht fakt, dass es wir selbst sind, sondern es können die Seelenteilchen sein. uns должно радовать, dass diese части Dush alle wollen uns добren. Es muss uns aber schon freuen, weil alle diese Seelenteilchen nur Gutes wollen. Deshalb haben die immer so eine positive Absicht. Aber es gibt hier eine Feinheit. Ungesehen davon, dass die Absicht positiv ist, die Art, wie das umgesetzt wird, kann auch eine negative sein. Ein Teilchen der Seele, welches euch beschützt vor den negativen Einwirkungen von männlichen Partnern, kann sein, dass es alle Männer um euch herum verscheucht, wie die Hunde verscheucht. Oder wenn ihr euch ausruhen müsst, wird es ein Seelenteilchen euch mit einer Krankheit bescheren, damit ihr euch dann ausruhen könnt. Deshalb die Absichten und Funktionen sind immer positiv, aber die Art und Weise wie es verwirklicht, kann auch negativ sein. Wenn wir über die Seelenteilchen sprechen, müssen wir verstehen, dass sie positiv eingestellt sind und sie sind auch dazu bereit, ihre Verhaltensweise zu ändern. Das ist wie ein gutes Kind, wenn man ihm gut zuspricht, damit ihm Abmachungen trifft, wird es bereit sein, sich zu ändern und sich anders zu verhalten. Entsprechend was können wir bei diesem Modul noch alles machen? Wir können eine negative Verhaltensweise transformieren von dem einen oder anderen Seelenteil. Verhaltensweise alle Seelenteilchen, die Probleme bereiten, die können wir transformieren, damit sie euch dann mehr wohl bringen. Wir können auch vielleicht irgendeine Lebenssphäre haben, für die gar kein Seelenteilchen verantwortlich ist und wir können uns ein Seelenteilchen schaffen, welches in Zukunft für diesen Lebensaspekt verantwortlich sein wird. Wir werden mit euch auch gewisse Seelenteilchen miteinander verbinden. Weil es gibt auch einige die möchten etwas und andere möchten etwas. Und sie mit sie Weil es die einen gibt, die eins wollen, andere wiederum wollen etwas anderes. Man muss sie zusammen verbinden, dass sie ein Ziel entwickeln und das Ziel ist sagt, euer Wohl. Bывает, dass ein Teilchen in Karla Jungen geht. Es gibt aber auch Fälle, wo ein Seelenteilchen in einen Schatten verschwindet. Das ist ein Ausdruck von Karl Gustav Jungen. In words, sie kann werden verabschieden, aber sie müssen zurückziehen. Mit anderen Worten ist es praktisch abgestoßen, man muss es zurückholen. Und noch eine Aufgabe, die uns bevorsteht, ist die verlorenen Seelenteilchen zurückzuholen. Schamane aus Schamane zu allen Zeiten und Epochen haben die Praktiken gemacht, um die verlorenen Seelenteile zurückzuholen. Heute hat man sehr viele psychologische und theoretische Lehren und Theorien, wie man mit diesen verlorenen Seelenteilchen arbeitet. Aber das ist eine der altertümlichsten Praktiken, die für uns sehr wichtig und sehr notwendig ist. Wenn wir uns mit einem oder anderen Seelenteilchen verbinden, bekommen wir eine Kraft oder eine Schwäche. Wenn wir uns zum Beispiel mit einem Seelenteilchen verbinden, können wir dann die Fähigkeit bekommen, mit einem Pendel Wasser zu finden. Wenn wir mit anderen Seelenteilchen verbinden, können wir die Gedanken eines anderen Menschen lesen. Das Spektrum der Kraft und der Möglichkeiten ist sehr groß. Es mag vielleicht sich von Anfang an so anhören, dass es kompliziert ist, aber es ist sehr einfach. Schritt für Schritt werden wir uns damit auseinandersetzen und es wird alles auf die beste Art und Weise passieren. Denn das Zeit hat zu end , wir machen eine meditation und energie und wir enden . Weil unsere Zeit aber auch langsam zu Ende geht, machen wir eine gemeinsame Meditation um uns mit Energie aufzufüllen und wir dann langsam beenden für heute. Lass uns in den Jiva Strom gehen. Ich rufe dich ursprüngliches Licht mit Jiva kommt zu mir. Wir atmen das golden weiße Licht durch den Scheitel ein und atmen durch die Fusoren aus. Wir nежно und wir enthangen durch den Stolten und enthangen durch den Stolten sehr sanft und weich atmen wir durch den Scheitel ein und atmen durch die Fuß Ohren aus. Und sagt in euer Inneres meine lieben Seelenteilchen ich bin aufgewacht ich erkenne jetzt dass ich euch habe mir ist bewusst dass jedes Teilchen ihre eigene Arbeit verrichtet nach und nach werde ich wieder von euch kennen lernen jetzt schicke ich euch den Strom der Liebe mit Energie aufgefüllt werden zum allgemeinen Wohl damit ihr in Gesundheit in Glück erscheinen könnt damit mein ganzer Körper sich wunderbar wohlfühlt damit es auf meiner Seele leicht und glücklich sein wird gekommen sind euch zu dienen alle Teilchen der Seele sehen euch als ihren Lehrer an als die Mutter oder als Vater vielleicht verstehen sie auch etwas nicht aber sie sind gut mütig und sie sind bereit sich zu verändern sie sind bereit sich zu verändern und die physiologischen Empfindungen im Körper auch zu verändern sie sind bereit sich zu verändern und eure Überzeugungen zum Positiveren zu verändern sie sind dazu bereit sich zu verändern und in euch neue Gefühle neue Seiten des Glücks und der Harmonie zu öffnen und erkennt dass ihr gerade jetzt es lernt neu zu lieben denn ihr seid der leuchtendste der kräftigste eine Krankheit eine negative Emotion oder ein negativer Gedanke das seid nicht ihr das ist nur die Erscheinung eines der Seelenteilchen welches die Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte und wir sprechen die Jiva praktisch als Ganzes an fühle bitte alle meine Seelenteilchen mit Frieden und Ruhe mit Harmonie und Glück spürt spürt selbstbewusst spürt euch selbstbewusst ein Herrscher als ein König im eigenen Körper das ist die Zeit sich zu erlauben zu herrschen und zu regieren und tatsächlich die Ziele zu erreichen die für euch wichtig sind mit dem das eigene Leben zu steuern und zum Glück und zum Erfolg zu gehen spürt wie alle Seelenteilchen sich auffüllen mit der energie stärker werden und eine verspannung drücken wir aus dem inneren aus uns heraus nach außen eine jegliche Anspannung im Kopf im Hals im Brustkorb das heraus das drücken das durch spürt noch das Seelenteilchen und spürt das negative heraus wie eine Blume oder eine Knospe öffnen wir jede Verspannung nach außen das Leib wir leiten den Schieber strom hindurch durch diesen Platz und fühlen ihn so aus fühlt und erkennt dass sich für jeden von euch eine ganz neue Welt öffnet eine Welt der Stärke und der Möglichkeiten es muss nur die Motivation da sein Ordnung zu schaffen im Inneren wenn ihr noch kurze Fragen habt kann Wladimir sie noch beantworten Werden diese abgespaltenen Seelen Teile auch über die Leben weitergegeben oder ist das eine Sache vom neuen Leben immer Abgespalten Dämon praktisch verliert Dämon zurück Hollen muss Te части Dushy которые откalываются oder потеряны они передаются из жизни в жизнь oder in новом Pлощении уже это по-новому все начинается дело в том что есть части души которые могли быть потеряны и в прошлых жизнях и в этой жизни мы будем возвращать те которые были потеряны в этой жизни и в прошлых жизнях когда мы переживаем очень сильный Stress erleben например дом сгорел например дом сгорел человек в аварию попал и в жизни смерти или человека побил или надругались над ним или вы пришли домой и муж или жена изменяет другим человеком или вы пришли домой партнер и партнер вы не Seelenteilchen verlieren und dann steht so etwas wie ein Loch in unserer Energiebasis. Und es verändert sich die Verhaltensweise diesesjenigen Menschen und der kann für viele Jahre vielleicht zu seinem alten Verhalten nicht zurückkehren. Deshalb lernen wir unsere eigenen Seelenteilchen zurückzuholen und anderen Menschen helfen, diese, ihre Teilchen auch zurückzuholen. Wir werden ganzheitlicher und harmonischer. Nach und nach werden wir auch damit arbeiten. Angelika? Ja, ich habe eine Frage. Also ich lebe seit über 40 Jahren vegetarisch, davon ungefähr 20 vegan. Und ich habe auch den Lichtnahrungsprozess durchgemacht, aber ich hatte vor fünf Jahren einen schweren Unfall, wo ich im künstlichen Koma war. Und seitdem merke ich, dass ich Käse wieder will, den ich also 20 Jahre nicht mehr gegessen habe. Jetzt ist die Frage, ob das beim Käse auch mit dem Tierischen oder mit der Milch letztendlich auch mit dem Tierischen in Verbindung steht. Also Fleisch brauche ich nicht. Sie sagt, dass sie bereits 40 Jahre alt sind, absoluten auf eine veganische Koma. Und sie hat 20 Jahre... Ah, nein. Neskолько Jahre... Wie lange ist das ein Fisch? Ein Fisch? Ein Fisch. Aber jetzt gibt es diese Anwendung. Das ist auch mit den Menschen, nicht mit den Menschen. Warum konnte sie so sein? Es kann nicht so sein, dass es wirklich schlecht ist. Vielleicht hat sich die душa entschieden, dass es so muss, dass es so gut ist. Man muss nicht gleich annehmen, dass es etwas Negatives ist. Es kann auch so sein, dass die Seele sich dazu entschlossen hat, dass es durch diese tierischen Bestandteile der Körper sich schneller regenerieren lässt. Du kannst genauso, wie wir heute verfahren haben, den Kontakt zu diesem Seelenteilchen aufbauen und fragen, warum es diesen Käse braucht. Danke. Есть такое понятие, wie черный шаманизм. Zu der letzten Frage von Marco im Chat. Es gibt ein Begriff, schwarzer шаманismus. Wenn ein Schamann ein Seelenteilchen klaut, so klaut er vielleicht Erfolg, Gesundheit, Schönheit. Also tatsächlich gibt es aber sehr, sehr wenige Menschen, die heutzutage diese Fähigkeit haben oder die praktisch in der Gesellschaft solche Techniken durchführen. Ab und zu passiert es aber spontan. Nachdem wir dieses Modul abschließen, werden wir ganzheitlich und harmonisch sein und auch solche Hintergründe und Tatsachen werden für uns kein Problem mehr abschließen. Auch wenn man uns etwas genommen hat, können wir uns das zurückholen. Oder etwas Neues schaffen. Das ist so wie mit einem Auto. Wenn wir den Mechanismus eines Autos verstehen und sehen, dass da irgendwie ein Bauteil fehlt, können wir das Bauteil ersetzen. Wenn wir das aber nicht verstehen, ist etwas irgendwie außer Funktion, aber wir wissen nicht, welches Bauteil es ist und wie wir das beseitigen können. Ich hoffe, dass das Methodenhandbuch übersetzt wird, nach und nach. Das ist jetzt auch ein bisschen meine Aufgabe. Aber wir werden es natürlich überprüfen. Das Methodenhandbuch ist um einiges umfangreicher als das erste und damit lässt es sich auch in eigener Arbeit sehr gut praktisch arbeiten und praktizieren. Also wenn es keine Fragen mehr gibt, dann kommen wir zum Ende. Das ist alles auf dem Chat. Alles klar, ich danke euch, Freunde. Es war angehebt, mit euch zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Es wartet auf uns noch sehr viel Neues und sehr viel Interessantes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.